Und wie Sie sehen wird es jetzt wieder sportlich und vor allem auch lustig hier bei Perl TV, denn wir haben alle lieferbaren Heimtrainer für Sie vorbereitet und das Trendprodukt diesen Jahres. Also letztes Jahr hat dieser Trend begonnen, dieses Jahr unvermindert weitergegangen weltweit und zwar spreche ich genau davon, Hula Hoop und da haben wir jetzt die gute Nachricht, die sind jetzt in wenigen Tagen endlich wieder lieferbar und was Hula Hoop ist und wie wirksam das ist, das schauen wir uns mal in einem kleinen Artikel von Focus Online an und hier steht Hula Hoop stärkt Bauch und Ausdauer, so effektiv ist das Training mit dem Reifen. Er ist der Trendsport und wird im immer länger andauernden Lockdown Hula Hoop immer mehr Menschen tanzen und trainieren weltweit mit den bunten Reifen. Tatsächlich eignet er sich auch als Fitnessgerät für Erwachsene, denn mit dem Reifen lassen sich gleichzeitig mehrere Muskelgruppen effektiv trainieren. Das Training stärkt die Muskeln in Bauch, Rücken und strafft so die Körpermitte und sorgt für eine bessere Haltung. Von schlanken Menschen hilft der Reifen dabei, die Körpermitte zusätzlich zu formen, wer abnehmen möchte, findet darin eine gute sportliche Ergänzung zum Fettabbau. Das ist der absolute Trend und du kannst auch nicht mehr aufhören, oder? Ne, ich wollte mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann, aber man verlernt das nie. Sie erinnern sich, als Kind hatten wir alle so einen, aber mittlerweile machen das Erwachsene groß, klein, männlich, weiblich, sogar in Fitnessstudios gibt es dann Klassen, auch online diese Kurse mit Hula Hoop. Überall waren sie ausverkaufen und bei uns ist gerade Ausnahmezustand, weil sie sind wieder lieferbar. Und es macht einen Riesenspaß und ich sage Ihnen, was du gerade gesagt hast in dem Artikel, ja, Rumpf, Bauch, hier alles, die ganze Rücken von oben bis unten, aber auch Mobilität, aber Gleichgewichtssinn wird gefördert. Und ich spüre das, wie richtig so meine Bauchmuskeln aktiviert sind, auch so diese ganze, auch Bindegewebe gestrafft wird. Das ist nicht mehr so wie früher, ich höre jetzt mal kurz auf, warte mal. Das ist nicht so, dieser Hula Hoop von früher, das war ganz leicht aus Plastik. Das hier ist ein bisschen schwerer, das ist auch mit so einem Schaum richtig ummantelt, das heißt, es ist ein bisschen mehr Kraftaufwand, dass man das bewegen kann. Aber wenn man wieder dritt ist, macht es einen Riesenspaß. Herz-Kreislauf-System wird aktiviert, man kommt richtig ins Schwitzen. Ich habe das jetzt drei Minuten gemacht und ich glaube, diese drei Minuten haben mir richtig gut getan. Ich merke auch, wie mein ganzer hier, die Talie ist richtig durchblutet, das heißt, ich weiß, ich bin mir sicher, bei Ihnen werden auch die Funde purzeln, weil das ist richtig durchblutet, es bitzelt richtig so schön. Und eben dieser Rücken, wenn man mal Ischias hat und die ganzen armen Lörrchen, dieser Rücken, wir sitzen ja alle viel im Homeoffice gerade, da muss man sich aufrichten und richtig aufpassen, man ist richtig wach und es macht einen Riesenspaß. Ist ein Megatrend weltweit und wenn Sie einen Hula Hoop gesucht haben online, haben Sie gemerkt, dass da keine mehr nirgendwo sind, aber jetzt bei uns endlich wieder für Sie liefern kommen. Und ich habe das gemerkt in meinem privaten Umfeld, ich wurde so oft hauptsächlich von Damen angesprochen, wann habt ihr die wieder liefert? Ich musste immer sagen, ich weiß es nicht, jetzt weiß ich es, in wenigen Tagen und da können Sie dabei sein für 18,04 Euro. Und natürlich ist ein Unterschied zu früher, das ist jetzt kein Spielzeug mehr, das ist ein Fitnessgerät. Hier haben wir ja auch so leichte Noppen und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, noch mit der Massage- bzw. Trainingsoption. Und ich wurde natürlich vor der Sendung auch gefragt, machst du das auch? Ich werde es machen, aber nicht vor der Kamera, ich will erst hinter der Kamera noch ein bisschen üben. Aber ich finde das schon mal sehr, sehr interessant und vor allem 18,04 Euro für so ein Trendprodukt ist ein Hammerpreis. Sieht auch noch gut aus, muss ich sagen, hat hier knapp ein Kilo, also die früher, haben wir vorhin mal geschätzt, 400, 500 Gramm. Also hier auch noch ein bisschen mehr Dynamik gefragt und daher ein größerer Trainingssystem, ein größerer Trainingsaufwand. Übrigens, Sie brauchen jetzt nicht meinen, dass Sie so ein Riesenpaket kriegen, so ein Riesenkreis, das nicht in den Briefkasten passt. Schauen Sie mal, das ist zerlegbar und so zerlegt kommt es zu Ihnen und wird dann einfach im Schnellstecksystem zusammengesteckt. Das ist auch wirklich toll, das kann man sogar in der Handtasche mitnehmen, wenn man mal unterwegs ist zur Freundin und dann gemeinsam einen Hula-Hoop-Tag macht. Aber ich glaube, da hat die ganze Familie Freude dran. Ich bin mir sicher, die Männer werden ein bisschen zurückhaltender sein. Aber wenn man dann mal sieht, wie viel Spaß das macht, ich glaube auch als Mann, ich kann mir das gut vorstellen, da auch mal mitzumachen. Ich übe es aber erst mal, wenn die Kamera aus ist. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, das ist die NX 7996 und die 569. Da sehen wir noch mal die ganzen Vorteile. Dieser softe Schaumstoff, dann sicheres Glückssystem, transportabel, blattsparend, Wellennoppen für das Massageerlebnis und extrem vielfältig einsetzbar. Und ich denke, da kann eben auch die Mama mit den Kindern, die Oma mit den Enkeln mal ein bisschen trainieren. Also das Trendprodukt in wenigen Tagen wieder lieferbar. Es gibt aber auch viele von Ihnen, die gerne Krafttraining machen. Und auch hier haben wir einen universellen Heimtrainer, ein 40-in-1-Gerät, hauptsächlich für Leute, die eben Muskelmasse ein bisschen aufbauen wollen, oder? Ja, also überhaupt den Körper stabilisieren und mobilisieren. Und das von Kopf bis Fuß, also auch so die knackenden Knie zum Beispiel, die kann man ja stärken, indem man diese Übungen auch macht. Hier kann man auch praktisch damit machen. Also von Kopf bis Fuß, es geht nicht, dass ich hier Bodybuilder, dann können Sie machen. Das ist ja auch was für Bodybuilder, das ist gar kein Problem. Aber hauptsächlich wollen wir, dass wir Sie wieder mobil und vital und beweglich bekommen. Und natürlich werden Sie Ihren Muskel aufbauen, ein bisschen mehr Tonus bekommen und dann auch natürlich ein bisschen ein paar Funde purzeln lassen. Das ist ganz normal. Jetzt gucken Sie mal hier, das da unten, das sind beides die gleichen Geräte. Ja, ich habe extra zwei bestellt, weil ich wollte es Ihnen auch zeigen. Sie können dieses Gerät so klein falten, dass es hier mobil unterwegs einfach dahin platziert werden will, auf die Terrasse, auf dem Balkon, Schlafzimmer, Büro, wo Sie möchten. Und dann, wenn Sie sagen, ach, hier möchte ich heute mal Sport machen, dann falten Sie es einfach auseinander. Das lasse ich jetzt, weil hier habe ich es ja schon auseinander gefaltet. Und ich habe gerade von dieser Übung gesprochen, dass man jetzt zum Beispiel die Oberschenkel ein bisschen trainiert, dann machen wir das einfach hier mit. Dann können Sie einfach hier ein Bein trainieren, beide auf einmal, wie Sie mögen. Es ist so vielseitig tatsächlich. Schauen Sie, und ich habe jetzt hier den mittleren Seilzug aktiviert. Das ist richtig auch fürs Knie gut. Ich habe so einen kleinen Riss im Meniskus und da muss ich genau diese Übung machen, um das Knie wieder zu stärken. Aber schonend und diese Seilzüge sind gerade auch so von Physiotherapeuten werden, die sehr gerne benutzt, weil man hier auch dann so das Eigengewicht und richtig schönen Zug drauf hat, ganz ruhig arbeiten kann. Der Graue ist leicht, dann haben wir hier so einen mittelstarken und dann was hier für Leute, die richtig Kraft haben, auch Rot. Jeweils haben Sie da Karabiner dran, können Sie dann hier diese schönen Griffe dran machen, schön gepolstert. Und wir haben einige von diesen Seilzügen hier am Gerät. Jetzt schauen Sie mal, hier links und rechts habe ich einen, unten bei meinen Füßen ist ja auch schon einer und da hinten befindet sich auch noch einer und die Schlaufen für Fußübungen. Und Sie sind nicht alleingelassen mit dem Gerät, weil Sie sagen, 40 Übungen, ja wie soll ich denn das machen oder finden? Ja, wir haben hier ein ganzes Heft für Sie. Das ist eine Bedienungsanleitung mit Bildchen. Ich habe hier mal meine Lieblingsübungen, also das sind die ganzen 40, zahlreichen 40 Übungen. Aber hier sind meine Lieblingsübungen, an der Seite habe ich mir die rausgemacht und das ist alles so Rumpf, Bauch, Rücken. Wir müssen unseren Rumpf stärken und mobilisieren, damit der Körper, damit wir irgendwie vital bleiben und wir haben alle diese Malörchen mit dem Rücken. Du kennst das auch, das heißt Rücken, Bauch, Rumpf, alles muss richtig schön gestärkt werden. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wenn Sie sagen, okay, ich möchte jetzt nicht hier ein Bein machen, dann mache ich mir einfach daraus jetzt die Möglichkeit, indem ich es höher mache, hier diese Seite. Schauen Sie mal, einmal anheben, dann kann ich mir das so hoch machen, aber ich mache es meine Seite runter, warten Sie. Also auch der Umbau ist unglaublich einfach. Unglaublich einfach, ja. Jetzt haben wir eigentlich eine Ebenefläche. Eine Ebene. Wahnsinn. Ich mache ihn, ich weiß, was mein Problem gerade war. Ich habe hier noch den Seilzug unten gelassen, den muss ich einmal rausnehmen für die Füße und dann bin ich hier befreit sozusagen. So, aber jetzt, schauen Sie mal, jetzt kann ich das hier tatsächlich als Oberteil sozusagen nehmen und kann hier meinen Rücken auch so trainieren. Schauen Sie mal. Und das ist extremst wichtig. Wir sitzen alle im Homeoffice so da oder auf der Couch, hängen wir so ab. Es ist wichtig, dass wir diesen Rücken aufrichten. Das ist auch Teil dieser Übung in diesem schönen großen Buch mit den Übungsbildern. Und dann können Sie sich langsam wieder fit machen, gerader machen, aufrichten, positiv stehen, heißt auch positiv denken. Also ist wirklich Körper, Geist und Seele im Einklang, ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin immer wieder überrascht, ich habe sogar mehr als 40 Übungen gefunden. Und wenn Sie das Gerät zu Hause haben, vielleicht fallen Ihnen auch noch mehr Übungen auf, dann können Sie uns die gerne zuschicken. Also unzählige, 40 sagt man grob, an Übungen, eben um die Muskeln ein bisschen aufzuspannen. Man muss nicht Bodybuilder sein, sondern man sollte einfach etwas tun. Bewegungsmangel ist natürlich auch ein Wort, das wir alle schon mal gehört haben. Und das trifft natürlich auf diese Zeit besonders zu. Wir schauen uns da auch mal einen Fachartikel dazu an. Und zwar die WHO warnt vor Bewegungsmangel bei Erwachsenen und Jugendlichen. Mehr als 25 Prozent der Erwachsenen und rund 80 Prozent der Jugendlichen bewegen sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nicht genug. Auch in Corona-Zeiten von Corona-Lockdowns sei sportliche Betätigung wichtig, schreibt die WHO in ihren neuen Richtlinien zu körperlichen Aktivitäten. Jede Bewegung zählt. Wir müssen uns alle jeden Tag bewegen, auf sichere und kreative Weise. Und das haben wir hier mit kreativ, mit 40 verschiedenen Übungen, also sämtliche Körpergruppen, sämtliche Muskelzonen. Und wichtig ist, und das ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten, er ist sofort lieferbar. Kommt also in wenigen Tagen zu Ihnen, Porto und Versand kostenfrei. Und Sie sparen natürlich wieder, weil Sie vom TV-Sonderpreis profitieren. Unverbindliche Preisempfehlung, 299 Euro. Und für Sie der TV-Sonderpreis 189,99 Euro. Danny, was trainierst du jetzt gerade? Das ist noch eine Übung, die habe ich jetzt noch nicht dazu gezählt. Guck mal, das ist eine Übung, die ist richtig schön zum Mobilisieren der Schulter. Wir haben ja so ein Kugelgelenk in der Schulter. Oder schauen Sie mal, wenn Sie das machen, ich hatte gerade so ein bisschen Nacken und das habe ich mir hiermit jetzt rausgedehnt. Und da werden, glaube ich, auch alle Physiotherapeuten klatschen, weil das ist so ein Mobilisator des Kugelgelenks in der Schulter. Und das ist so wichtig. Sie kennen es, vielleicht sind Sie ja schon ein bisschen eingeschränkt in der Schulter. Da können Sie richtig langsam reinfühlen, immer schön atmen dabei und dann wirklich wieder so eine Mobilität zurückgewinnen. Langsam, natürlich nach den eigenen Bedürfnissen. Das ist wirklich ganz fein. Also das ist jetzt Nummer 47. Ich muss mal die anderen extra Übungen, die ich gefunden habe, noch auflisten, damit Sie auch davon profitieren können. Das Schulterinteresse erinnert mich jetzt gerade an meine Schulter-OP in der Reha oder bei der Krankengymnastik danach, nachdem ich meine Schulterprothese bekommen habe, waren genau diese Übungen. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Und hier sehen Sie noch mal einen kleinen Auszug der vielen Übungen, die mit diesem einen einzigen Gerät gemacht werden können. Und da sollten Sie einfach, wenn Sie ein bisschen Krafttraining, Ihres ist, jetzt zuschlagen, denn er ist jetzt sofort lieferbar. Und Sie wissen, das ist nicht selbstverständlich. Vielleicht haben Sie das ein oder andere Produkt schon mal auch nicht bekommen, weil es eben ausverkauft war. Die Bestellnummer für unseren 40.01 Ganzkörpertrainer ist die NX 7257 und die 569 und der Preis für Sie 189,90 Euro. Aber jeder hat ja ein bisschen andere Vorzüge oder so Vorlieben, was er gerne macht. Ich habe zum Beispiel für mich das Radfahren entdeckt und zwar auf diesem Heimtrainer, der auch gleich oder sofort lieferbar ist. Das ist auch ganz wichtig. Und vor allem, der wirklich überall Platz findet. Denn Danny, hiermit kann man sagen, Platz ist in der kleinsten Hütte, oder? Ja, und ich bin noch da. Ich wollte nur mal demonstrieren, wie einfach das ist, Ihren neuen Heimtrainer von A nach B zu transportieren. Ich mache das hier mit einer Hand. Man kann dann gerne mal auch auf die Terrasse dann schieben oder dann wieder ins Schlafzimmer. Er ist auch sehr flach, also nicht viel breiter als ein Bügelbrett, wenn Sie das mal hier so sehen. Da sind wir oben in der Vier. Ja, Sie haben alle Möglichkeiten und Sie brauchen ja nicht mal eine Steckdose. Also Sie können es gerne auf dem Balkon, auf die Terrasse, überall, wo Sie mögen. Und dann nehmen Sie es einfach immer wieder mit, wenn Sie sagen, so und jetzt tschüss, nehme ich es irgendwo anders mit hin. Und dann rollen Sie es sich wieder dahin, wo Sie es eben mögen. Einmal hingestellt steht das Gerät richtig schön solide, ja, also ganz, ganz fein. Hier unten ist die Toilet-Funktion, damit Sie es immer bewegen können. Hier, das ist ein ganz leiser Motor. Ich kann mich mal kurz neben den Herr Jansen knien, damit Sie hören, weil der radelt ja, man hört da gar nichts. Also Sie können parallel mit Ihrem Partner Fernsehen gucken, wenn Sie sagen, ich überwinde meinen Schweinehund, indem ich meine Lieblingsserie mit meinem Partner gucke. Machen Sie das? Weil Sie hören, ich höre höchstens die Jeans vom Herr Jansen. Mehr höre ich nicht. 2,5 Kilo Schwungmaß, das heißt, man hat auch, wenn man mag, richtig Widerstand. Sie können das gerne auch ein bisschen regeln, immer so den Widerstand leicht erhöhen. Wenn Sie merken, ich werde langsam fitter, Herz-Kreislauf funktioniert besser, gar kein Problem. Sie sitzen auch ganz bequem, oder? Herr Jansen. Das muss ich sagen. Hier hinten, ich hoffe, Sie sehen das, da ist so eine Rückenlehne. Das ist für mich unglaublich angenehm, weil ich auch mal so entspannen kann, auch mal hier auf der Seite heben. Und Sie wissen das. Also ich bin jetzt, die jungen Mädels wissen alles nicht, wovon ich rede. Ich bin Mitte 50 und alle, die auch in dem Alter sind, wissen es, da tut halt der Rücken mal weh oder die Knie. Aber das ist für mich genau das richtige Trainingsgerät, denn meine Knie werden geschmiert durch Bewegung, aber nicht überlastet. Und den Rücken, den kann ich so mal entlasten. Und was mir auch gut gefällt, Danny, der Sattel ist so bequem. Da kann man ruhig mal eine halbe Stunde, Stunde fahren, ohne dass einem der Hintern abfällt. Also das ist für mich schon mal ein riesen, riesen Pluspunkt. Und der andere Pluspunkt ist, dieser Heimtrainer ist sofort lieferbar und das auch wieder zum TV-Sonderpreis 208,99 Euro. Also genau, Komfort an erster Stelle. Sie können es mobil von A nach B schieben und dann haben Sie auch, wenn Sie mögen, einen ganz niedrigen Einstieg hier. Das ist auch ganz wichtig, wenn Sie ein bisschen lange gerastet haben, sind Sie vielleicht ein bisschen eingerostet. Deswegen müssen Sie jetzt anfangen. Wir müssen alle was für uns tun, das wissen Sie auch. Und Fahrradfahren ist ja das Beste für die Gelenke, weil man trägt ja nicht mal sein Eigengewicht. Man sitzt ja und dann kann man hier das Gewicht, also den Widerstand hier einstellen, wie man mag. Man fängt langsam an, aber man schmiert die Gelenke. Vom Fußgelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Und das sind so die Wehwehchen. Wir wollen nicht eine neue Hüfte oder ein neues Knie, wir wollen es vermeiden, indem wir es schmieren. Oder wenn Sie eine neue Hüfte oder ein neues Kniegelenk haben, das müssen Sie auch bewegen. Sie wissen das, das sagt jeder Arzt immer. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Fahrradfahren ist dann am Gelenkschonesten. Also der Herr Janssen hat es gesagt, der Sitz ist ganz schön weich gepolstert. Die Rückenlehne genauso. Das klappen Sie sich einfach aus, wenn Sie es da hingestellt haben an Ihren Wunschort. Dann können Sie sich festhalten, wenn Sie dann hier einsteigen, ganz niedriger einsteht. Ganz schön Widerstand zum Verstellen, stufenlos. Und hier dann auch noch dieser wunderbare Bordcomputer. Und was ich auch direkt sagen will, hier schauen Sie mal, Pulssensoren. Wenn Ihr Hausarzt sagt, ja, aber fahren Sie nicht mehr als 130 BPM, also Blutdruck, dann machen Sie das. Sie haben ja hier immer alles im Blick, immer schön draufhalten. Dann wissen Sie, bin ich im grünen Bereich, alles gut. Dieser Bordcomputer, der zeigt Ihnen alles Notwendige an, wie schnell Sie fahren, wie viel Zeit, die Distanz und sogar Kalorien. Und eben ganz wichtig, mega Qualitätsmerkmal, den Puls kann es anzeigen. Es ist wirklich ganz, ganz fein. Wir haben auch vorher installierte Programme, wenn Sie so ein bisschen variabel trainieren möchten, gar kein Thema. Und jetzt habe ich aber noch einen kleinen Knackpunkt für Sie. Ein Schmankerl, ein Extra. Schauen Sie mal, man hat hier Expander, die sind einfach mit am Gerät geliefert. Ja, das habe ich persönlich, ja, bevor ich hier gearbeitet habe, nie gesehen, dass man einfach während dem Radeln ein Bizeps-Training machen kann oder Schulter-Training. Sie können es auch gerne nach hinten so ziehen. Genau. Man muss ja nicht dabei fahren, man kann es auch danach oder vor dem Training machen hier und einfach stehen. Das ist auch, theoretisch können Sie auch so machen, wenn Ihr Partner gerade fährt, können Sie vorne stehen und bieten. Bizeps-Training machen, also das kannte ich vorher noch nicht. Es ist wirklich auch ein schöner Widerstand, nicht zu stark, nicht zu schwach. Also hier wirklich ein Modell, was so gerne gekauft wird von Ihnen, ist auch kein Wunder bei dem kleinen Preis. Da ist sogar der Versand dann kostenlos. Ja, und hat so viele Vorteile. Also ich möchte Ihnen aus meiner Sicht mal ein paar nennen. Ich kenne das noch, auch aus meiner Familie, Heimtrainer. Da hat man ein Fahrrad, da steht 23,5 Stunden im Weg rum und nur eine halbe Stunde am Tag wird es genutzt. Auch wenn Sie hier auch nur eine halbe Stunde trainieren, dann klappen Sie es zusammen, stellen Sie es aus dem Weg. Kein Platzverlust. Dann, man sitzt unglaublich bequem. Man hat diese Rückenlehne, gerade für uns Ältere ist das wirklich entspannend, hier sich noch anzulehnen. Und Sie sehen, ich habe ja nicht mal Sportsachen an. Also man kann da ruhig auch mal eine halbe Stunde drauf sitzen oder je. Das geben Sie ja vor, je nachdem, wonach Ihnen gerade ist. Und schön ist auch, Danny, ich kann das ja ohne Probleme direkt vor den Fernseher stellen, meine Lieblingsserie oder Pearl TV anschauen und dann ein kleines Radrennen machen oder auch nur ganz gemütlich die Knie bewegen. Und was auch noch schön ist, ist ganz egal, ob es heiß, kalt, nass oder trocken oder schneit draußen. Sie können das jederzeit machen. Aber wenn es mal schön ist, nehmen Sie ihn einfach mit raus auf die Terrasse oder auf den Balkon und dann auch mal im Freien radeln. Ich finde das toll, dass man solche Möglichkeiten hat. Und hier sehen wir alle Vorteile dieses Heimtrainers nochmal eingeblendet. Genau, also natürlich ist es ein Platzwunder. Sie haben alle möglichen Widerstandsstufen, die Sie so von Einstiegslevel bis Profilevel eben brauchen. Dieser Trainingscomputer, der ist wirklich hochwertig. Und was ich eben toll finde, diese Pulssensoren. Natürlich ist es ultra bequem. Also gepolsterter Sitz, gepolsterte Rückenlehne, natürlich höhenverstellbar. Und dann noch diese Expander, also diese Widerstandsbänder, wo man parallel für den Oberkörper arbeiten kann. Und weißt du, was ich gar nicht wusste, man kann sogar hier rudern. Schau mal, das ist so diese Ruderbewegung. Und das ist auch wieder super, um sich mehr aufzurichten eben. Anstatt, wir sind immer so da, hier dieses Rudern, Schulterblätter nach hinten, schönen langen Nacken hinten. Und dann einfach mal so atmen dabei. Das tut gut, das sind so Kleinigkeiten. Wenn Sie sehen, Sie kommen schneller von der Couch hoch, schneller die Treppen rauf, haben rosige Bäckchen. Sie können mehr essen, Sie sind glücklicher, weil wir produzieren ja auch diese Endorphine. Es macht einfach Sinn. Und die sind endlich wieder lieferbar, unsere sehr beliebten Sportgeräte. Und vergessen Sie nicht unseren Hula-Hoop. Das ist ein Megatrend weltweit. Ich habe auch so lange im Internet gesucht, weil ich dachte, es ist mir egal, wie viel er mir jetzt kostet. Ich will einen und es gab keine mehr. Jetzt sind Sie endlich wieder da. Und es macht eine Riesengaudi. Entscheiden Sie sich für Ihr Gerät der Wahl. Aber der Hula-Hoop darf auf keinen Fall fehlen. Deshalb sage ich Ihnen jetzt auch noch mal die Bestellnummer für den Hula-Hoop-Reifen. Das ist die NX 799-96 und die 569 für 18,06 Euro. Und hier der Club-Trainer, da bin ich Ihnen auch noch die Bestellnummer schuldig. Das ist die NX 3351 und die 569 für gerade mal 208,99 Euro. Also entgegnen, begegnen Sie der Abwärtsspirale, dem Bewegungsmangel. Tun Sie etwas mit Krafttraining, mit Radfahren oder mit Hula-Hoop. Ganz egal, was Sie lieben. Tun Sie es.